Ja, meine Damen und Herren, das ist jetzt hier die Spitze des Eisberges. Einmal haben wir hier die Information, die Zahlen und auch die Fakten. Und unterhalb dieser Oberfläche finden wir dann den Bereich Körpersprache und Stimme, auch den Tonfall. Darunter wiederum haben wir den größten Einflussfaktor. Und das ist unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen und auch die Sympathie. Bei den Gefühlen unterscheiden wir einmal zwischen den Gefühlen, die wir nicht so gerne haben. Das ist zum Beispiel Ärger, Angst, Stress, Überforderung, Zweifel. Auf der anderen Seite haben wir Gefühle, die wir mögen, wie Glück, wie Freude, Zuversicht und Hoffnung.